naja ich würde die Polizei sagen Jure Söhne ja nur was haben die Bullen denn bitte damit zu tun ja dann würd ich sagen was meinst du wie viel Anzeigen dann gegen Wolf bzw Feng laufen würden Millionen Millionen wie viele User hat es auf Steam 5 Millionen 6 Millionen ja ok also warte ich 4 Millionen 121 Millionen 3 ich du iPaty meine Mutter Na, mehr zahlen wir schon nicht ein. Meine Mom hat mal Minecraft gespielt, ja? Nee, ist mal ernsthaft. Überleg mal, wenn das Team pleite wäre. Da fangen dann an, 6 Millionen Menschen gegen Wolf zu klagen. Da kann der der Erfinder einpacken gehen. Also der kann sich in der Öffentlichkeit nicht mehr sehen lassen. Ich hoffe natürlich nie, dass es passiert war. Ich meine, ich hätte ja sonst Selbstgeld ausgegeben dafür. Ich hoffe, dass es passiert. Fick dich. Ich hoffe... Wie heißt immer, dass Battlefield... Ich finde halt nur, ich finde halt ehrlich gesagt, dass die Spielehersteller von Steam weggehen sollten. Warum? Ich finde halt Steam, es ist klar, eine geile Sache, aber alle Spiele über Steam zu aktivieren, finde ich jetzt nicht so geil. Überleg mal, du kannst das Spiel gebraucht nicht mehr weiterverkaufen, weil einmal über Steam aktiviert ist, es aktiviert. Aber deswegen haben die das ja gemacht. Du kannst jetzt Steam-Account weitergeben. Ja, Steam-Account darf man aber laut den Rechtlinien nicht weitergeben. Ich werde nicht sagen, aber genau deswegen haben die das gemacht, damit die mehr Umsätze machen. Ich finde es halt total asozial. Das überlege ich mir. Jetzt mal angenommen, ich spiele zum allerersten Mal... Oder ich möchte zum allerersten Mal Call of Duty spielen. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Nein. Darf ich das... Darf ich das... Ja, ja, klar, rede. Dann mach mal. Nein. Und merke dann, Call of Duty ist ein total scheiß Spiel, das passt mir gar nicht. Ich mag das Spiel nicht. So, jetzt hab ich den Salat, hab ich 60 Euro für ausgegeben und kannst ihn mal weiterverkaufen. Hm. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Jetzt mal angenommen, ich hätt's mir einfach nur auf CD gekauft und du müsstest es ganz normal installieren mit nem Code, mit nem Serial. Und ja, dann merkst du, ach, das Spiel gefällt mir nicht. Gut, kannst ihn weiterverkaufen, weil der Serial mehrmals aktivierbar ist. Also ich würde das so besser finden, ehrlich gesagt. Also darf ich da kurz was dazu sagen? Jetzt? Nein. Also, das ist, warum die das ja auch machen ist. Viele... Es gibt ja ne Datei in den ganzen Spielen, die es voraussetzt, also früher zum Beispiel, bei manchen Spielen, dass es ne CD braucht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß sogar, wie du die umgehen kannst. Ja, ja, ich kenne da auch einen, der hat uns das damals bei den Kriegemarschwerden manchmal welches. So. Und damit man das nicht machen, weil sonst könnten sich fünf Leute das gleiche Spiel teilen, ne? Ich weiß. Deswegen machen die das einfach. Damit die wieder, damit die mehr Umsatz machen. Aber es muss man logisch denken, wenn du mit deinen Freunden dir die Kosten für das Spiel teilst, könnt ihr euch noch den Stream-Account teilen. Das ist auch kein Problem. Nö, das wäre auch kein Problem. Das ist genauso dumm. Also, es bringt im Grunde genommen nicht wirklich viel. Man kann trotzdem nicht gemeinsam spielen. Man muss ja... Man muss ja... Also, bei mir hat's nämlich nicht geklappt. Ich bin rausgeflogen, als ich ein Kumpel bei mir ins Team eingeloggt hat. Ja, genau. Ich bin rausgeflogen. Okay, ja, dann also... Wie gesagt, ich hab's nicht ausprobiert. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich hab's auch ehrlich gesagt nicht vor, auszuprobieren. Meine Account-Daten bleiben bei mir. Äh, Hinten ist grad'n Creeper gespawnt. Paddy? Wo? Hier ist ein Creeper gespawnt. Hey, John! Boom, Junge! Wir höhlen hier halt den ganzen Berg aus, fällt mir grade so auf. Ey, wie klein wir einfach nur angefangen haben, ne? Warum tragt ihr nicht einfach den Berg ab? Dann hättet ihr schon mal ne Grundfläche für das Schloss und da... Oh, Entschuldigung. Ja, nein, nein, wir wollen ja den Berg, ähm, als Schloss... Ja, eben, das soll ja so episch in diese Halle ein... aussehen. Ich weiß, aber den muss man trotzdem oben rum ein bisschen flacher bauen. Ja, ja, das... Wir müssen den sowieso oben ein bisschen abbauen, oder... Wir müssen die Erde oben komplett abfragen. Da kannst du helfen, Exo. Hm, nein. Pff, Quatsch. Nein, ich kann da oben keinen Stein bauen! Ne, ich mein, das ist jetzt ernst, Exo, dass du uns auch... Laber nicht! Was für laber nicht? Lass mal den großen Paddy in Ruhe. Mann, nein, ist mal ernsthaft. Dexter. Helf uns ein bisschen. Weil wir haben dir auch mit deinem Trupp Maus geholfen. Aber mein, unser. Unser Trupp Maus. Da kannst du uns auch bei uns vom Schloss helfen. Oh, falscher Begriff. Okay. Paddy, hast du noch ne Schaufel? Äh, ja, hab ich. So, hier, bitte. Legt hier vorne. Okay, warte, ich geb's dir. Ich bring sie dir vorbei. So, bitte schön. Dankeschön. Dankeschön. Nein, nein. Der hebt die Schaufel irgendwie voll komisch. Warum ist mir so kalt? Beschwer dich doch nicht. Man darf einfach das Fenster zu, oder? Das Fenster ist zu, Junge, bis zu windert. Dann mach die Heizung an. Die ist auch schon an. Dann stell sie höher. Die ist auch fünf. Dann zieh dir was an. Ich hab ein T-Shirt an. Du bist nicht immer so nackt vorm PC. Ja, auf jeden Fall. Warum hast du ein T-Shirt an, wenn der kalt ist? Ja, was soll ich anziehen? Ein Pullover, oder was? Ja. Ich zieh auch drinnen keinen Pullover an. Party ID gehört einfach drauf, dass du ne Pussy bist, weil dir kalt ist. Und das im Oktober. So, im Oktober, willst du mich jetzt verarschen? Beziehungsweise, wir haben noch nicht mal Oktober. Wir haben September. Wir haben bald Oktober. Im Oktober würde ich mich übel freuen. Ja, hab ich nächsten Monat mein Läppi. Ach, du hast den Let's Up geholt und kein Stand-PC. Nein, den PC hol ich mir, du Otto. Ich hab mich verbrochen. Du Otto. Du Otto. Das ist eine geile Beleidigung. Das ist eine richtige RTL-Beleidigung. Du Otto. Ey, du hast meine Freundin ausgespannt. Du Otto. Ey, ich schwör, du Otto. Geh mal zu Otto. Geh mal zu Penny. Erstmal zu Penny. Ja, Mann. Erstmal zu Penny. Mama, meine Freundin hat Schluss gemacht. Na und? Erstmal zu Penny. Erstmal zu Penny. Du Otto. Das ist eigentlich eine total dumme Werbung. Will die mir damit sagen, wenn meine Freundin Schluss macht, soll ich zu Penny gehen und mir einfach eine neue kaufen. Ja, ist das so. Da kannst du auch ganze Leute und Menschen kaufen. Das wäre so geil, ey. Ich würde mir dann erstmal eine geile Kassiererin kaufen. Ich glaube, die sind auch so ein Bild, die Franz und so euch geschickt hat. Was? Die obszuren Bilder in dem Skype-Gespräch, die ihr euch gegenseitig zugeschickt habt. Apropos Skype-Gespräch und Bilder zu schicken. Ich weiß noch, unsere Heimatstadt, ne, Exo? Was heißt denn, die Bilder musst du veröffentlichen? Ich habe ein Blächen. Ich habe die gar nicht mehr. Ich habe nur das Schwulenbett. Da musst du Puttys Kopf noch reinpräparieren. Fick dich, geh mal scheißen. Musst du Jürgen Milski rausmachen, Putty einfügen. Fick dich, schlutsch mir die Eier. Wer ist das? Jürgen Milski. Jürgen Putty. Der war jetzt nicht so. Ich bin kein Betruger von 9 Live. 9 Live. Ich kann wetten, du kennst 9 Live gar nicht mehr. Ich? Ex ist zu jung dazu. Ich bin zu jung, ich bin älter als du. Das hört sich trotzdem an wie ein Kind. Ja, woher willst du denn wissen, dass Ex so jünger ist als du? Ich weiß, wie halt Ex so ist. Vielleicht ist es ja nur ein Pädophiler und er hat so einen Stimmenverzerrer. Wer weiß, wer weiß. Ja, Bernd 39, ne? Nein, Detlef 39. Ähm, warte, wie heißt du denn beim Archie-Internets-Forum? Günter Göttlich. Günter Göttlich, genau. Nein, jetzt ohne Scheiß. Ja, warte, ernsthaft, ich habe ja wirklich einen Account gemacht. Ich komme da beim Registrieren, komme ich bei den Fragen nicht weiter. Die wollen da ja mal irgendeine Scheiße aus der Bibel wissen. Das ist so geil. Da will ich dann dann so einen Post schreiben. Hör auf, wenn man es nicht kann, dann sollte man es einfach nur lassen. Hör auf. Hör auf. Nein, nimm, oder? Ich melde mich jetzt noch mal, oder? Arsch hinter, nackt. Ja. Oh, Mann. Okay, Registrieren. Ich glaube, das ist die mittlerweile langweiligste Aufnahme-Session ever, weil wir einfach nur in der Mine buddeln. Für mich ist das gerade irgendwie auch voll langweilig. Ja, was soll ich denn sagen? Ja, du hast genau das Gleiche, wie ich machen. Eben. Da kann man ja auch eben mal seine Nachrichten durchchecken, ne? Ja, du, ich kann es nicht, weil ich aufnehme. Wie viele Tiere von jeder Art nahm Moses mit auf die Arsche? Soll ich das jetzt als Zahl ausschreiben oder als Wort? 32.000, wie viele Tierarten gibt es, Alter? Das ist verarschen, jetzt schon hast du die Frage falsch verstanden. Keine Ahnung, ich schreibe jetzt zwei. Ich, ja, okay, ich schreibe jetzt zwei aus. Sie lesen das Buch Exodus. Haben Sie das A-Tier oder das N-Tier aufgeschlagen? Alte Testament oder Neue Testament? Ähm, gucken wir mal kurz nach. Oh, Gott, ey. Ich muss aber das Neue. Zweites Buch, Moses. Ja, jetzt liege ich mich erst mal lange auf der Couch, ne? Tringe uns die Cola. Also, ich weiß, ähm, also, als ich mich anmelden wollte, kam da eine Frage irgendwie. Ähm, wissen Sie, wer Asphalots ist? Ja, man muss aber ja schreiben. Dann habe ich hingeschrieben, deine Mutter. Und dann kam am Ende, sie haben nicht alle Fragen richtig beantwortet. Ah, schlimm. Das ist die Webseite, das ist wie so dumm. Und ich glaube, da weiß mittlerweile jeder, dass es einfach nur Fake ist. Ich weiß nicht, seit LeFloid da einen Beitrag drüber gemacht hat, macht sich da irgendwie jeder nur noch drüber lustig. Das ist ja auch nur sowas. Das ist mein Testament. Leute, hört mal auf Gott zu beleidigen, ich bin hochgläubig. Ja, ich auch, deswegen heiße ich ja Günther Göttlich. Ich glaube an Exos Mutter. Ich weiß, das ist ja eigentlich genau um viele. Mit ihrem geilen Arsch, ne? Alois Grillmeister, setz dich mit... Alois Grillmeister. Was? Setz dich mit seiner selbst gegrillten Institution seit Jahren vermehrt im Internet ein. Wie heißt diese Institution? Alois Grillmeister. Gegen uns. Ey, Günther Göttlich, wie nennst du dich jetzt im Archie-Internets-Forum? Günther Göttlich. Hey, hallo, es Grillmeister gibt's sogar auf Facebook. Ähm, du weißt schon, Patti, dass du den Kies nicht aus dem Boden wegmachen musst. Ich brauche, will aber Kies haben. Wir brauchen eigentlich nur Kodin. Okay, man muss einfach nach... Das heißt Netzwacht. Jetzt weiß ich. Ich glaube, ich schmecke mich da auch an. Und ich gehe dann auf die Gamescom und schreie rum. Scheiß Gamer! Ja. Ah, ne, ne, ich darf ja nur deutsche weiter benutzen. Scheiß. Scheiß Spieler. Ja, ich... Scheiß Spieler! Sucht euch echtes Leben. Und geht aus dem... Und bekennt euch zu Gott. Bekennt, na, doch. Bekennt euch zu Gott. Und lasst den... Halt, teuchig, Karottik. Und lasst... Und lasst... Und lasst... Das Ding... Einfach mal aus. Ich darf ja nicht Computer sagen. Wie soll ich Computer nennen? Ähm, Heimrechner. Nein, warte, wie sagen die dazu nochmal? Programmierendes Etwas. Nein. Die sagen Heimre... Heimrechner, oder? Hm, ne, ich... Keine Ahnung. Das Ding echt dagegen wären, eingedeutschte Wörter zu benutzen, ne? Ja. Voll funkt. Ex, du bist doch ein Stehsegler. Ja, sicher bin ich das. Ich bin auch mal Anschnur. Was? Das sind Wörter, die die benutzen. Stehsegler heißt, ähm, surfen. Und Anschnur heißt online sein. Oho, was heißt online sein? Ausschnur? Ähm, abschnur, oder so. Das Geil ist ja immer, wenn, wenn ne Frau da irgendwas schreibt, dann fragen die erstmal... Liebesweib XY, ähm, passt ihr Mann denn auf sie auf, während sie Stehsegeln? Das ist ja dumm. Ich glaube, wir müssen dann mal wirklich Let's Trash über die Webseite machen. Das ist ja echt Trash, ne? Let's Talk. Apropos Let's Talk, da wollten wir auch mal was aufnehmen. Stimmt. Können wir ja nachher vielleicht mal machen, nach der Minecraft-Aufnahme. Über was wollen wir denn talken? Über, über, über... Al-Qaida. Ahaha. Irgendwann steht ein Attentäter vor deiner Tür. Boom! Der Attentäter nennt sich auch Creeper. Haha, scheiße. Ah, jetzt weißt du, woher Notch die, äh, Creepers-Sachen und so hat, ne? Eigentlich sollten die Creeper ursprünglich Schweine sein, aber durch nen Programmierfehler, ähm, sind die dann aufrecht gelaufen. Und dann hat Notch da draußen einen Creeper gemacht. Äh? Ja, das, ja, ja, so hat er es erzählt, so steht es auch in der Minecraft-Wiki. Ein Creeper sollte ein Schwein sein. Ja, aber durch nen Programmierfehler ist er dann aufrecht gelaufen, auf zwei Füßen. Und wurde grün. Nein, damals hatte der, Notch hat ja seine Dinger immer ohne Texturen getestet. Achso, okay. Minecraft, ich weiß nicht, ich fand Minecraft früher besser als heute. Und bevor jetzt wieder irgendjemand kommt, der lustig sein müsste von meinen Abonnenten, nur mir in die Kommentare zu schreiben, wenn dir Minecraft nicht gefällt, dann spielst du doch nicht mehr. Und glaubt mir, die Fälle hatte ich schon.